Russland hat im Rahmen eines Gefangenenaustauschs nach Angaben des ukrainischen Staatschefs Volodymyr Zelensky 215 Ukrainer und ausländische Staatsbürger freigelassen. Darunter befinden sich auch Offiziere des Azov-Regiments, die bei der Belagerung von Mariupol gefangen genommen wurden. Kiew ließ im Gegenzug den prorussischen Politiker Viktor Medvedchuk einen Vertrauten von Kreml-Chef Wladimir Putin frei. Zudem 55 russische Soldaten, die während der ukrainischen Offensive im Gebiet Kharkiv Anfang September gefangen genommen worden waren. Die von Moskau gesteuerten Separatisten in der Ostukraine gaben zehn Ausländer frei, die nach Vermittlung Saudi-Arabiens nach Riyadh ausgeflogen wurden. Zelensky bezeichnete den Gefangenenaustausch als großen Erfolg. Die nun Freigelassenen seien Helden und würden sich in Sicherheit befinden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu, der Austausch sei unter Vermittlung der Türkei zustande gekommen. Er nannte die Einigung demnach einen wichtigen Schritt hin zu einer Beendigung des Kriegs in der Ukraine. Schöne